Donnerwetter, ich kann's nicht fassen, dass wir wirklich zum Kartoffelland fahren. Der Kartoffel-Themenpark für alle. Ich kann das Haus nicht fassen. Ich hab schon mein Leben lang davon geträumt, da hinzufahren. Sag mal, Goofy, bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Sicher bin ich sicher. Naja, wir sind früher immer an diesem großen Schild Kartoffelland vorbeigefahren. 2, 7 mal 12 geteilt durch 14,5 mal. Das Schild, da ist das Schild! Willkommen in Idaho. Aber ich muss das Kartoffelland. Kartoffelland, Kartoffelland. Oh oh. Kartoffelland, Kartoffelland. Kartoffell, Kartoffell, Kartoffell. Goofy, ist das sicher das richtige Schild? Aber ja, immer wenn ich hier vorbeigefahren bin, hab ich davon geträumt, wie toll dieses Kartoffelland sein muss. Das heißt also, du hast es niemals... Was sehe ich, das Kartoffelland? Ich sehe dieses Kartoffelland jede Nacht, jede Nacht in meinen Träumen. Kartoffelland! Kartoffelland! Gekka, tschüss! Donald, warte! Rufe auf, kein Mittel! Hey! Tut mir leid, Donald, aber wir sind nicht umsonst vier Tage ohne Pause durchgefahren. Wir wollen, dass Goofies Traum wahr wird. Wir fahren nirgendwo hin, bis wir das nicht geschafft haben. Für Goofy. Und was wollen wir machen? Eine Dusche-Taktion ins Bad aufbauen, mit einem auf diesem Kartoffelfeld? Donald, das ist eine tolle Idee. Ich und mein Dusches Jabel. Kartoffel-Land. Ja, ja, Goofy, hau den auf. Dein lebenslanger Traum wird wahr. Wow. Äh, Goofy? Du musst erst den Bindel abnehmen. Wow. Das ist der allerbeste wahr gewordene Traum. Na los, Freunde. Worauf hatten wir noch? Ich fass es nicht. Ich bin wirklich hier. Es fühlt sich so zauberhaft an. Wie wär's mit einer kleinen Karussellfahrt? Oh ja, das ist eine wunderbare Idee. Na dann los, dreh die Kurbel, Donald. Warum muss ich die Kurbel drehen? Weißt du denn, wie man Orgel spielt, hä? Schneller, schneller. Schneller, schneller. Was fattest du? Au. Äh? Donald, jetzt ist der falsche Zeitpunkt für ein Nickerchen. Jetzt geht es weiter Zug und Zug. Die Kartoffelgeister erscheinen zum Mitternachtsspuk. Donnerwetter, ich glaube, hiernach muss ich meine Unterhose wechseln. Äh, Moment. Ich trage ja gar keine Unterhose. Spuk ruhig weiter. Oh! WGotbar! Oh! 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 Hey, was ist denn da los? Ich mach ja schon, irgendwas stimmt nicht mit den... Alles klar, Donut, ich hab's rausgefunden! Oh, Mr. President, Mr. President! Na, das war mal jeder typisch Donald. Donald, b-b-b-bist du das? So ist das, Duffy. Ich dachte, du wärst der Präsident! Darüber muss ich sofort mit dem Parkmanager reden! Guffy, warte! Was? Es gibt keinen Parkmanager, denn es gibt keinen Park. Kartoffelland ist nicht echt. Was meinst du mit, es ist nicht echt? So etwas wie ein Kartoffelland gibt es nicht. Donald und ich sind letzte Nacht wachgeblieben und haben es gebaut. Das verstehe ich nicht, warum. Solltet ihr so etwas Unsinniges machen? Wie hab ich's gemacht, wei? Wei? Wir wollten doch, dass dein Traum wahr wird. Donnerwetter nochmal. Kartoffelland mag zwar ein Traum sein, aber unsere Freundschaft ist echt. Und jetzt kommt, holen wir uns ein leckeres Kartoffeleis mit heißer Soße. Ich zahle! Wasser! Die Mittagssonne lässt alles schmelzen! Jungs, in mir ist gerade ein neuer Traum wachgeworden! Was für eine, Goofy! Machen wir schnell, dass wir hier wegkommen! Der letzte ist eine verfaulte Kartoffel! Wauw, 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 wauw! Jungs, der Wagen springt nicht an! Was? War nur ein Spaß! Sie verlassen jetzt Idaho, das Kartoffelland. Kommen Sie bald wieder!